Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Monsters und es ist saulaut hier draussen. Warum? Genau, das hier ist unsere Bude. Als erstes mal für Licht sorgen. Und dann mal gucken, was so über uns los ist. Und raus! Oh, Creeper! Der Knall 2 Oh, Scheiße! Mehr als 2 Stück. Hinter mir müsste auch noch einer sein. Oh mein Gott! Oh, erst mal muss ich die Empfindlichkeit wieder hochstellen. Das gefällt mir gar nicht. So, ich war ursprünglich auf der Suche nach Hühnern. Noch höher. So, jetzt geht das Ganze. Da ist ein Huhn. Das Problem ist, die lassen ja keine... Keine... Super. Ja, es ist Samstag, äh, 8 Uhr morgens. Ich hab noch Gehirnaussetzer. Ich hab noch Gehirnaussetzer. Die lassen keine... ... Ach, nein! Dann... 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 So. Und jetzt geht's zurück nach Hause. Und da vorne seh ich noch 2 Kühe. Die nehm ich natürlich mit. Denn Kühe brauchen wir. Die geben normalerweise kein Leder ab. Was sind das für Kühe? 5 Leder hab ich jetzt. Von... 7, die ich eigentlich brauche. Da. Oh. 6. Gut, ich brauch noch eine Kuh. Die mir Leder gibt. Das sind alles Schweine. Wo sind Kühe? Puh. Das weiß ich jetzt überhaupt nicht natürlich. Ähm... Wenn wir mal kurz den... Sound etwas runterstellen. Da vorne müsste ja noch eine Kuh sein. Hallo? Bitte das Schwert raus holen. Ich möchte doch die Kuh nicht mit Karotten erschlagen. Das ist unter ihrer Würde. Zinn. Ja, Zinn nehm ich natürlich mit. Zinn braucht's. So... Wo... sind... Kühe? Da vorne sind noch ein paar Hühner. Da vorne sind auch Kühe. Geradeaus durch. Neben den Hühnern. Ja. Ich seh sie schon. Gut. Naja, da hat sich der Ausflug zumindest... Aluminium Gravel Ore. Ja. Da hat sich der Ausflug zumindest schon mal gelohnt. Auch mit dem Aluminium hier. Denn das brauche ich dringend mal wieder. So. Mal raus hier. Kommen die anderen Hühner... äh... Hühner lasse ich leben. Ich brauche ja auch nachher noch was. Um... zu züchten. Die hole ich mir nachher nach Hause, wenn... das Ganze halbwegs groß ist. So. Boah. Dummheit. Dumm... ...heit. So. Es geht weiter. Weiter, 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 weiter. Ich möchte nämlich vor... äh... vor Einbruch der Dunkelheit wieder zuhause sein. So als Ziel. Wäre das schon nicht... schlecht. Und... ähm... Ja, was wollte ich noch? Was ist denn das? Magic Wood. Wäre super. Ich habe jetzt gar nichts dafür dabei. Aber... Killt es mich instant? Nein. Okay. Kann es ja nur was Gutes sein. So. Ich muss jetzt nur... Gold Gravel Ore. Mal gucken. Ich brauche noch 400 Meter. Okay. Das wird eine lange Zeit, euch zu unterhalten. Und ich glaube, dass... mein Schwert das nicht mehr durchhält. Das ist jetzt etwas schwierig. Baba Wood. Habe ich... Baba Wood dabei? Nein. Soll ich mal mitnehmen? Also, ich nehme jetzt einen Baum mit. Nicht mehr. Nicht alle hier. Das wäre mit den... Sidecam das nicht hin. So. Letztes Stückchen. Ja. Super. Und ich habe sogar ein... Rubberwood-Zapling bekommen. Schön. Es soll mal aufhören zu regnen. Sch... Sch... Miekuleid Or. Ah, gut, das ist kein Quinsencent. Körper und Quartz. Ja, damit kann ich mich im Moment nicht abhalten. Ich muss so schnell wie es geht wieder nach Hause. Es tut mir leid, aber... Ah, wieso habe ich hier das Ding rausgegraben? So. Okay, das Durch-den-Dschungel-Gehen ist etwas kompliziert. Als ich gedacht habe. Wenn ich zu Hause bin, mag ich mir mal so einen Long-Sword. New Home 200 Meter. Ja, okay, jetzt ist auch mein Schwert endgültig. Scheiße. Wie soll ich denn hier jemals nach Hause finden? Ohne irgendwie in so einem Teil gefangen zu sein. Komm raus hier. Ich möchte hier nicht sein. Ich möchte nach Hause. Mami. Komm schon. Jetzt geht's natürlich wieder runter. Äh, oh. Entschuldigung. Das war jetzt ein Fehler meinerseits. Und es wird schon wieder dunkel. Und ich habe kein Schwert. Und ich bin noch 190 Meter von meinem Haus entfernt. Naja, nur noch 170. Aber das ist auch noch sehr viel. Und ich habe so gut wie gar nichts zu essen. Und wenn jetzt die Skelette spawnen, bin ich am Arsch. Denn ich kann mich nicht verteidigen. So. Ja. Komm, das kriege ich noch hin. Jetzt sind's nur noch 94. Schön, immer weiterlaufen. Immer weiterlaufen. Das ist ja schon ein ganzer Tagesausflug, den ich hier gemacht habe. Ach, scheiße. Ja. Ich bin wieder zu Hause. Super. Und, ähm, ja, was war eigentlich der Ziel meines ganzen Ausfluges? Es waren Hühner, es waren Kühe. Kühe habe ich. Hühner leider. Ah ja, ich habe Federn. Super.